Der Youngstar Award ist ein interner Wettbewerb, in welchem sich die besten Azubis aus dem zweiten Welljahr messen. Die jungen Talente werden sich in den verschiedenen beruflichen Disziplinen aneinander messen. Natürlich gibt es am Ende des Tages auch eine Siegerehrung, wo wir die besten Talente ordentlich feiern. Sollte 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.